Ich hab grad gesehen auf Handy, ich hab kommentar und auf was man Phobia gekriegt. Was ist DOTS? Was ist DOTS? DOTS, hm? Das ist ein Gadget, was man benutzt. DOTS. D-O-T-S. Ich kann ihm nur raten, das Anfänger-Guide-Video zu gucken, bis er wissen will, was das ist. Alpha-Will! Sind wir wieder bei den 90ern. Ne, Alpha-Will, 80er. Alpha-Will ist 80, 90, mein ich. 80er. Mehr 80 als 90, auf jeden Fall, ja. Ich hab tatsächlich auch ein paar Lieder auf dem Rechner, mein ich. Lauf den Biohazard-Container. Lauf den Biohazard-Container. Ja, die sind oben im Apartment. Ich bin unten in der Küche geblutet, deswegen müssen sie da sein. Ja, ja, da ist Karte schon. Und die Tür zu der Castle zum Rundcouch-Bahn. Mitchell haben sie auch. Und Frost, glaub ich. Der war ein Getrunter. Was ist elektronisches? Muss der denn sein? Ne, der war da in dem. Biohazard-Container-Location. Falschgesagt. One-Tap. Geil. Gesundheit. Ich will da hoch, du Ochsenschwanz. Warte mal, ich mach mal da. Ist da einer drin im Wunschcouchraum? Oh, mein Ding ist gemutet hier an der Tür. Warte mal, lass mich mal. Jetzt hat einer's weggeschrotet. Ein Unhold. Hä, von wo wurde ich denn jetzt weggeholt? Ich hab's zerstört. Hä? Da hab ich denn meine Klemmer weggeholt, der scheiß Puls. Puls war unten. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Der ist direkt hart links gewesen. Im roten Gang. Gern. Im roten Gang ist einer. Oh, ich hätte schon längst ihre Granate benutzen können, um den zu töten. Gern. Ah, der rote Gang ist frei, aber da links ist ein Loch in die, äh, ins Bad. Ich hab leider keine Drohne mehr, oder? Doch, hab ich noch. Okay, ich guck mal ins Bad. Bad ist frei. Bad ist frei, ja. Ich bin in deiner Drohne. Ich bin in deiner Drohne. Jetzt ist die Musik. Frei. Ja, vielleicht ist Ende im Bett, keine Ahnung. Im Bad ist frei, ist nur so ein Bewegungsmelder. Hinterm Bett sitzt einer. Ja, hinterm Bett, ja. Was? Zwei hinterm Bett. Einer hinterm Schrank und einer hinterm Bett. Zwei. Der hinterm Schrank ist tot. Einer hinterm Bett. Zwei. Der hinterm Schrank ist tot. Lick der jetzt wieder da runter. Die hinterm Bett. Ist dann, dann. Unten ist scheiß heiß Puls. Jetzt. Jetzt kam der Contested Sound, hab ich genau, was? Hä? Oh, ich hab so schön Granatenkill gemacht, weil hinter der Bar einer saß im Aquarium. Bist mal sehr befriedigend. Bin zu weit rumgegangen. Der hinterm Schrank hat mich erschossen, der war anscheinend nicht geblendet von den Dingern, nur der andere. Schade. Ich hatte so links in den Raum reingepiekt. Ich war noch draußen, ne? Ich hab so den Raum reingepiekt, da kommen wir zu Puls, äh, hier nicht Puls. Mute um die Ecke mit der Shotgun. Bam. Tot. Ein Schuss. Haha. Diese Scheiß Shotgun von dir ist so mega OP. Ja, gut. Das war aber auch nicht. Dann, ne? Ihr muss 300 oder so. Naja. Das hat sich dann schon... Hat's direkt die Brustimplantate rausgeschossen. Genau, gleich bei den Little Piercings. Ja. Haben eine Rotation gemacht. Sie haben Kassel. Bandit wieder. Vielleicht hockt sich wieder einer in der Intellipotheke. Ah, ich werd's auf jeden Fall ausprobieren. Scheiße, jetzt wieder Puls, ne? Dann kann ich pingen, weil warum? Jetzt kann ich wieder pingen. Naja, ich geh mal rüber zum Spawn. 10 Seconds. Ist deine Kämme erwischt, die Ping? 5 Seconds. Ja. Ja, ist wieder einer hintergegangen. Nice. Ich weiß aber nicht, ob der da bleibt. Oh, scheiß Spawnpeaker, ey. Jetzt sind wir noch da oben am Fenster. Wow, die haben in den... ...meine Filus da direkt weg geschossen. Aber jetzt hoffe ich, dass seine anderen Fenster kommt. Drones ready. Leider hatte ich diesmal kein Glück. Sending out Gemini. In der Küche sitzt Cavera. Enemy tag Gemini. Wow, mach mal. Hör ein Kitchen. Penner. Oh. Der scheiß Puls, ey. Der ist wieder unten. Der ist wieder unten. Der ist wieder unten. Der ist wieder kurz, ja. Okay, eine scheiß Idee. Ich geh mit hoch. Hab gehofft, du dich überlebst. Scheiße. Einer ist ein Blooper. Cavera. Da hab ich. Jawoll. Cool. Der war auch völlig verwirrt. Jetzt ist der Bandit. Guck mal. Der Alarm hat auch an. Guck der in die andere Richtung. Oh, der Alarm, dass das Dingsloid da drin ist. Das ist so geil. Weißt du was? Die ganze Zeit hauckt der nicht dahinter. Und dann werde ich von genau da getötet. Das ist typisch. Das Pantyhaus. Pantyhaus, hm? Hm. We need to protect the biohazard container secure the room Do you have the feet from the Polo pulverized or do I have them? Oh, Amago ist im Räumen. Ist es wieder weg oder so? Keine Ahnung. Ich bin direkt tot. Amago war im Bad. Die ist durch das Fenster raus und dann direkt ins Bad wahrscheinlich. Ja, ja. Ist der wer im Fenster? Ah, ich sind zwei im Fenster. Wo waren die denn? Wo waren die denn? Ach so, bis der letzte. Ach ja, scheiße. Warum? Op-4 hat den Biohazard-Container geschlossen. Mission verfolgt. Das Juicy Eschix ist ja von gerade. Jetzt melde ich den nochmal. Ja, Amago ist halt durchs Fenster rein und sofort ins Bad gelaufen. Deswegen ist die Razorbow noch nicht losgegangen wahrscheinlich. Wo sind wir denn jetzt? Da können sie ja wieder direkt ins Fenster kommen. Aber diesmal hat die Fühle eine Frostfalle vorbereitet. Die Pflicht ist doch mal direkt hier rein. Und als ich dann rausgelaufen bin, um zwei am Fenster wegzuholen, ist leider eine Claimor da unten gewesen. Das war ärgerlich. Barricade die Runde. Wir müssen den Biohazard-Container schützen. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl Verabschiedet. Wohl пад an. Wohl verabschiedet. Wohl chlorpäuser辆. All 사IAM kaputtad. Wohlatlers schügelord. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl verabschiedet. Wohl Little Light. Wohl power. ist da das fenster ungefähr ja da liegt doch eine frostfalle ok objektiv aber ich glaube das war kali von den ruinen aus ich bin mir nicht sicher es wird aufgeschossen ist ohne wurde reingeschmissen also keine amaru diesmal okay auf dem dach sind welche nicht erwischt kommt rein kapital mein gott habe ich da vorbeigeschossen schlecht der markt die innenwand aufmachen ist kapital ist hinten ein schlagsummer eingekommen ich werde hier ständig gespottet warum steht denn hier eine klemo ist er da zum fenster rein voll oder was ja 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 ist er muss aber immer noch am fenster sein das war aber doch das war er gut wo irgendjemand muss in hooker sein ich finde ich reingekommen scheiße band hängen geblieben immer noch gespottet ich weiß es nicht den in hooker habe ich gekillt aber ich weiß nicht ob da noch einer ist die kameras ist gar nichts die kamera ist gehackt deshalb ja schon was richtung hooker glaube ich ja ich bin mir nicht sicher harley na ja ja hier da kommt sie gerade da hat sie gerade die laser weggenommen hat mich hooker ich weiß nicht woher der jetzt gewusst habe ich bin eigentlich leise hingekommen da aber vielleicht hat auch noch profilaktisch in den gang geguckt aber ich habe ihnen ein bisschen früher fest als er mich anscheinend meine kugel war schneller ich habe sie hat langsam und scheiße eigentlich gerade nicht aber mal verdrehen wurde premium bonus von premium bonus habe ich noch den dings auf ich habe ein bus an ich habe ja 84 oder so braucht ja nicht es seit der firma hat sich einfach im innenbereich kopfüber runter und denkt sich ja ich kann ja mal was anbringen ich glaube nicht